Peace Freunde, servus Youtube, was geht und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play League of Legends. Wie ihr schon sehen könnt, eine Runde Rumble war erwünscht und hier ist es endlich. Und ich sag's gleich am Anfang, ich spiel's Rumble jetzt zum aller 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 ersten Mal 5 gegen 5. Das heißt, das wird eine richtige Runde, wo ich abkacken werde, aber was soll's, ich versuch's einfach, wird schon irgendwie gehen. Und wir kommen dann gleich mal zum Team, wir haben hier einen Abonnenten dabei, das ist Yellowskill, der war schon öfters mal dabei, oder einmal, einmal glaube ich. Und da sagt er's auch schon, aber dazu kommen wir gleich. Im Jungle haben wir hier Arthrox, Taric als Supporter und Wayne als AD Carry auf der Botlane. Und Moment mal, da muss ich ein paar Mic-Einstellungen machen. Kleinen Augenblick, Freunde. Die Basallen sind erschienen. So, 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 und damit ich hier auch ein bisschen Stimme habe. Kleinen Augenblick. Kleinen Augenblick. So, 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 Freunde, da bin ich wieder, da bin ich. Jetzt haben wir hier ordentlich Farmen verpasst, ich weiß, ich weiß. Jetzt können wir auch gar nicht zum gegnerischen Team kommen. Aber ihr könnt schon sehen, es ist gegen Singed. So, und da hat er gleich mal versucht, uns hier wieder mit seinem blöden Wurf. Und der versucht es immer wieder. Ach, komm. Oh, Mann. Da war ich jetzt richtig leise. Tut mir leid, tut mir leid, aber wir haben den hier fast bekommen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was für ein Glück der hatte. Und er ist nicht back, wie man sieht. Okay, 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 okay. Also, jetzt nochmal das Team hier. Wir haben hier Ezreal. Muss ich mir selber erstmal anschauen. Was haben wir denn auf der Bot Lane? Haben wir da Six? Ja, Six und Soraka. Okay, interessant. Und Arthrox geht im Jungle Down. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da wir keinen Pot mehr haben. Wie gierig der ist. Wie gierig der ist. Oh, oh, oh. Aufpassen, aufpassen. Okay, der haut richtig guten Damage raus, muss ich sagen. go, 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 go. Jetzt wirft er uns und yes. Erstes Blut geht an uns. Geil, geil, geil. Eht, da haben wir aber, muss ich zugeben. Wir haben ja einen richtigen Schlechten Sinscht erwischt Deswegen läuft das hier auch so prima Der haut eigentlich ganz gut Damage raus Das gefällt mir Das gefällt mir richtig So, erstes Bluthammer Und Gragas Kämpft ihr gegen Ezreal Das war schön Okay, er kommt sich die Träne Wir setten wieder unser Ward rein So, wir müssen halt immer dafür sorgen Dass wir hier auf unsere Überladung kommen Auf unsere 100er Überladung So, Ulti haben wir auch ready Denn dann hauen wir richtigen Schaden raus Komm schon Ey, wir hätten die früher setten müssen Wir hätten die früher setten müssen Dann hätten wir ihn gehabt Das gibt's doch nicht Verdammt ey Oh, und Gragas geht down Oh, oh, oh Aufpassen, aufpassen, aufpassen Und down Da hat er alles eingesetzt Da hat er alles eingesetzt Wir brauchen hier erstmal unsere Boots Wir hätten ihn gleich holen müssen Wir hätten ihn gleich holen müssen Mir kommt's auch langsam vor Das Arthrox hier ein bisschen Suckt Es wird ja auch mal Zeit hier, ne? Ne, kriegt er nicht Obwohl Ich schneide die Ulti Ja, schön Jetzt sollte man doch Kriegen, oder? Unnötiger Unnötiger Flash Unnötiger Flash Und der nimmt auch noch den Kill Unnötiger Baby, lass mich jetzt nicht im Stich Jetzt wird er kommt So, jetzt können wir Ein bisschen Tower pushen Und der ist Verdammt, verdammt No Loch da rein, loch schön rein Jetzt kriegen wir ihn Go No Das gibt's nicht Das gibt's nicht Oh man Jetzt sind wir leider auch drauf gegangen Oh, den Tailor solltet ihr kriegen, Freunde, komm Ach komm Schön Holt sich hier ganz locker den Kill 4-4 Äh, Freunde, Bot halten, bitte So, läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht Wie ich dachte mit Rumble Hat den Ward wahrscheinlich reingesettet Moment Moment mal, Freunde Das Mic zackt wieder Ja Das musst du mir nicht zweimal sagen Oh, bitte Und zwar Ein Gegner wurde getötet. So. Es tut mir leid, Freunde, aber das Mike macht mir ganz schön Probleme. Da geht man noch nicht back. Aber ich hoffe, jetzt geht's. Go! Oh man. Oh man, oh man. 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 O man. So. Hier ist nur mein Ward und dann hier noch so eins. Was ist das? Da ist er auch schon wieder Ja, Trivale Gut, los geht's Oh, da versucht er wieder hier Schön Wieder Angry geholt Gut, los geht's Atrox, komm her Boah, der checkt's nicht Der checkt's einfach nicht Ne, 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 zu viele Minions Ey, unwohl, da hab ich schon wieder meine Ulti Jetzt, 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 jetzt holen wir dich Ey, das gibt's nicht Ulti von Soraka Und jetzt kackt der auch noch ab Oh mein Gott, ist der schlecht Sorry, das nichts zu sagen Und, und, und Schon mal zu einem Yordle aufgeschaut? Sind die auch noch zu weit Auf der Topline, oder was? Wir hauen richtig ordentlichen Damage raus Und Atrox schaut wieder mal zu Komm Yes, wir haben unseren Kill Wir haben unseren Kill Und schön, jetzt holt euch noch den Sinched Come on Schön Schön, 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 schön Double Kill für mich So Und jetzt noch hier AP Jetzt wird man eigentlich guten Damage raushauen Gut, los geht's Gut, los geht's Gut, los geht's Aufgedreht das gibt es einfach nicht nur wegen dem Tor hat er mich bekommen nur wegen dem Tor ich war jetzt richtig ruhig tut mir leid aber ich konzentriere mich hier richtig 5-5 naja das musst du mir nicht zweimal sagen läuft trotzdem ganz gut finde ich mit Rumble hätte ich nicht gedacht dass es so gut läuft schön Gragas holt sich wieder den nächsten aber er ist real auch wieder so und jetzt können wir uns schnell den Tau holen jetzt können wir uns schnell den Tau holen wenn meine Minions mal nachrücken ne ne da ist er auch schon wieder no no das gibt es nicht come on no ich bin dead und da laufe ich genau in die Gegner aber was soll ich da machen aber was soll ich da machen das ist das ist das ist das ist das ist was soll ich da machen naja was soll ich da machen ey Wundt mit der ist down Doppel-Dötung für Ezreal. Okay, für Steam-Lights nicht so gut. Doppel-Dötung für Steam-Lights. So, jetzt können wir ihn eigentlich holen im richtigen Zeitpunkt. Mit der Ulti komme ich nicht so klar. Boah, ey. Können wir uns so leicht holen, oder? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Jetzt geht er rück, oder? Hoffentlich geht er jetzt weg. Und dann können wir uns den Tower schnell holen. Nee, der geht immer noch nicht weg. Ja, okay. Oh, 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 oh. Ja, schön, komm, komm. Schönen Double-Kill für mich. Double-Kill für mich. Warnung, Warnung, Warnung. Und den Tower haben wir auch bekommen. Da ist ein Ezreal. Und den klaut mir der Aatrox. So, geht doch. Sogar ein Double-Kill hier. Können uns gleich Rubberdons holen. Und als nächstes würde ich sagen, ja. Geh mal auf den Kristall-Zepter. Der ist doch ganz wichtig, denke ich mal. So, Taric pusht jetzt hier in der Mitte. Ein bisschen. Oder holt sich einfach mal den Farm. Unsere Rain habe ich noch gar nicht im Einsatz gesehen. So, Moment, jetzt das Kabel sackt. So. Der haut eigentlich... Ja, der wird jetzt auch ganz schön viel Schaden oder so, denke ich mal. Also, der macht es uns nicht leicht. Vorsicht. Ich komme. Ich komme in die Mitte. Komm schon, Wayne. Wieso haut ihr den nicht mit den Sp... Eh raus. Boah, ey. Schön. No. Ne, da war ich silenced. Da war ich silenced. Da konnte ich keinen Zauber mehr aktivieren. Oh, Mann. Da konnte ich nichts machen. Schön. Die Wayne holt sich der Kill. Boah, und dauert sich den Double Kill. Sehr schön. Macht sie sehr gut. Jetzt haben wir sie mal im Einsatz gesehen. Unser Top Tower ist leider down. Leider, leider. Er steht 20 zu 18 für uns. Wir haben zwei Tower. Die haben zwei Tower. Ne, die haben drei Tower. Wir bräuchten nicht noch den mittleren Tower hier. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Schön. Nein! Ey, das wäre meiner gewesen. Das wäre meiner gewesen. Das wäre meiner gewesen. Boah, was für ein Damage wir raus waren. Dann müssen wir hier kneiten. Dann kriegen wir auch den Kill. So, zweiten Tower können wir, glaube ich, auch noch holen. Den holen wir auch noch, Freunde. Schön gemacht, sehr schön gemacht. Ich würde sagen, wir gehen back. So, den Zepter können wir uns noch nicht leisten. Das heißt, wir bleiben jetzt noch hier. Auf geht's! Das war schon der Blue. Machen wir hier noch schnell die Wölfe. Warnung, 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 Warnung. Komm, den kannst du kriegen, den kannst du kriegen. Ja. Es ist down. Gut gemacht. Und Terek holt sich den Kill sogar. Oh, jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die hauen richtig fetten Damage raus. Schöööön gemacht. Dragon, Freunde. Hilft mir jemand? Die Wälder ist hier. Schön, jetzt kann man back gehen und uns das Item leisten. Ja, so läuft eigentlich ganz... ganz gut, würde ich sagen. Hauen wir uns noch zwei Wards mit. Komm. Wardschaden nie. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Boah, was für ein Damage wir mit uns dann eh raushauen, ey. Doppeltötung. Boah, was für ein Damage wir raushauen. Aha, Doppeltötung! Schön. Schöön. Schööööne Doppeltö critique und neufígenen getrunken. discovered that the red is shiny. Wir beginnen dann hier Ankaraate kräften hinzufppen. Haust so? Leute, ich würde sagen, wir pushen die Mitte Holt euch mal schnell den Tower hier Ich geh back Und hol mir Sonjas Komm, ich brauche noch 30 Gold Schön Nee, ich geh dahin Okay, sie braucht den Farm anscheinend Ich würde jetzt als Arthrox aufpassen Geh back Ich hab doch gesagt, geh back Aufpassen, aufpassen, aufpassen Und Six macht hier eine Mischung aus AP und AD Komisch Klingt nicht viel, glaube ich Boah, verdammt Oh oh Go Nooo Und ich konnte mein Schild nicht aktivieren Wir haben Tailwind bekommen, aber Mehr auch nicht Schade Ich würde sagen, wir brauchen mal ein bisschen Leben Wreck Hol man da gleich so ein fettes Teil, oder Das ist doch recht nice Aber Mana, nee, Mana Das ist Blöd So, leben erstmal Ein bisschen So Gehen wir wieder los Schön Six geholt Und den holen wir uns Komm, lass ihn Lass ihn rennen Winter Da, da, da Da, da, da Da bring in so ein low A Komm Yes habe ich bekommen schön Doppeldötung von Wayne den hole ich mir yes no nein oh man schade Doppeldötung musste jetzt nicht sein das hier ist doch ganz nice damit wir auch ein bisschen tanky sind aber naja es läuft gut es läuft gut mit Rumble ich dachte dass es viel schlechter läuft aber wie man sehen kann ok 9 Tode ist es vielleicht nicht der Hit aber es ist auch nicht schlecht und wir holen uns die Boots wir holen uns die Boots ich habe keine Lust hier langsam unterwegs zu sein die Boots und wir wollen gehen eigentlich nicht ganz Was hat denn hier für ein Farm? Oh, das ist ein sehr guter Farm. Zack, und zack, und den können wir oben ganken. Wo ist er hin? Ich komme, ich komme! Hilfe! Können wir es jetzt bis zum Ende pushen oder was? Go! Schön, Doppeltötung. Ey, der haut ja richtig fetten Damage aus. Schön, Dankeschön. Wollen wir ihn holen? Schön gemacht und schon wieder ein Kill für mich. Ey, das läuft richtig geil. Nooo! Michael! Yes! Oh man, das macht Bock! Das macht doch Bock! Oh verdammt! Da ist er, der Abstauber. Wir holen uns Sonjas. Boah, wir haben richtig fetten Damage, ey. Irgendwie gefällt mir Rumble. Wir holen uns lieber das hier. Irgendwie gefällt er mir. Wir holen uns hier. Und die ist auch down. Und die ist auch down. Wer hat 800 AP? Nicht reinlaufen. Ich will keinen burnen, ich will's benden. Boah, dead fail ey. Dead fail. Das gibt's nicht. Habt ihr den Tower Shot gesehen? Was ist das denn? 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 So ne gute Idee ist. Geht mal alle back da. Das ist noch ein Fehler. Oder? Ne. Doch nicht. Boah, die holt sich. Komm schon! Mann! Vierfach Tötung. Quadra. Und jetzt fünffach. Tja. 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 ist doch noch nicht vorbei so wir können uns jetzt nur noch die Tränke holen weil wir jetzt schon voll sind und ich würde sagen es geht los beenden wir es, Freunde oh 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 let's go finish hey, that failed nooo jetzt war es mein fail das gibt es doch nicht jetzt beendet den Mist schon alter mach doch den Nexus naja war ein ganz geiles Game und ich hoffe die beenden es jetzt hier komm schon Leute warum beendet ihr es nicht ja der Tower gehört auch uns ja ist vorbei gut, Freunde ich würde sagen war ein geiles Game und wir sehen uns das nächste Mal euer Embo hier ciao ciao bis dann b dass oder hier